Ja, moin, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Peppi und ich habe heute überraschenderweise ein Paket bekommen. Und da ja erst der 24. ist und Silvester erst in genau einer Woche ist und man quasi erst ab dem 29. seine Sachen bekommen kann aus meinen Ausnahmegenehmigungen, ist ja jetzt die Frage, was könnte da wohl drin sein? Hier steht 1.4 S. Drauf steht Blackbox, Rauf, Fackel, Purpur. Hier auch. Ich bin gespannt. Ich mache das ganze Teil mal aus. Ich weiß nämlich gar nicht mehr ganz genau, was ich alles bestellt habe. Bin deswegen mal sehr gespannt jetzt hier. Sehr gut zugeklebt. Möchte ich deswegen was kaputt machen? So, einmal. So viel Luftputz doch oben gehen. So, hier an der Seite mit den ersten Artikeln. Rauf, Fackel, Grün von Blackbox. Einfach mal bestellt. Gucken, wie die so sind. Und ich bin ziemlich gespannt. Fünf Stück. Ich glaube 10 Euro, 9,90 Euro. So ungefähr. So, na schaun. Hier haben wir, äh... Hier ein Karton. Könnte quasi von einem Balkan gewesen sein. Ich weiß es nicht. Okay, ich bin leicht überrascht, was ich hier sehe. Ähm, okay. Vielleicht ist da was falsch gelaufen bei der Vitrinenbestellung. Äh, hier ist auch nichts drin. Aber wenn ich jetzt reingucke. Äh, sehen wir eine Neuheit, 2015. Die Silberpiraten, okay. Ähm, das Ganze zweimal. Wow, okay, krass. Ihr könnt natürlich gerade nicht so gut in den Karton reinschauen. Aber wenn ihr das hier seht. Roter Cousin. Auch dabei. Zwei Packungen. Habe ich jetzt das erste Mal. Das ist das erste Mal, dass ich richtig dick im Internet bestellt habe. Letztes Jahr hatte ich nur sehr, sehr wenig. Und habe mich dann schlau gemacht. Jetzt zweimal die Silberpiraten und zweimal Roter Cousin. Und um meinem Namen gerecht zu werden. Ist ja ein krasser Zufall, dass hier jetzt auch direkt geliefert wird. Ähm, ja. Wenn ihr es sehen könnt. Eibkopfknaller von PyroArt. Nach einer dicken Verpackung hier. Einmal. Zehn Stück. Zweimal. Zehn Stück. Ich schmeiß mir in den Karton rein. Zack, zack. Das dabei. Und das auch. Seht ihr hier selber. Nicht schlecht. Zweimal. Die Silberpirates. 20er Treibkopfknaller. Die Rauchfatteln sind auch dabei. So wie auch die Feier-Event-Böller. Ja, das ist doch mal richtig cool, oder? Ihr dürft. Ja. Ich muss sehr gespannt sein. Es wird noch ein sehr, sehr großes Unboxing folgen. Am 29. Sachen von T1 bestellt. Und Zündschnüre zum Beispiel. Hätte ja sein können, dass sie schon kommen. Aber jetzt kommen die schon. Böller, ich bin wirklich sehr überrascht. Also. Seid gespannt. Am 29. Ich hoffe, dass das Unboxing schnell hochkommt. Es wird, glaube ich, sehr lang werden. Und ich habe nicht so schnell das Internet, dass es schnell hoch lädt. Aber, ja. Reibkopf-Pappy. 20 Mal Reibkopfknaller von PlyroArt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.